Entsorgung in der Stadt Bern In der Stadt Bern gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren Abfall entsorgen können. Zum einen können Sie den Abfall vor die Haustüre an die Strasse stellen und dieser wird anschliessend von der Kehrichtabfuhr abgeholt. Oder man bringt ihn auf eine der Sammelstellen im Quartier zu den Entsorgungshöfen oder zum Öko-Infomobil. Es kommt auf die Art des Abfalls an, wie und wo man ihn entsorgt. Haben Sie Fragen dazu? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Unsere Kontaktadresse und Öffnungszeiten sehen Sie als nächstes auf der Texttafel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020